Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zum Adventsvideo. Wir sind jetzt Hortensien, neben mir der E-Mail eigentlich am Herbst, aber heute zeige ich euch im Video, wie man die schöne herbstliche Hortensie weihnachtlich machen kann, weil viele sagen jetzt, es sind die letzten Hortensien, die im Garten noch abgeschnitten werden oder ihr habt sie schon abgeschnitten und ja, ich gebe euch gleich ganz viele Tipps und dann kommt im Video ein wunderschöner Adventskranz mit einer tollen Kombination aus dieser schönen grünen Hortensien und Viola-Kerzen und einer passenden Deko dazu. So, also erstmal fange ich an mit dem Thema Hortensien. Die Hortensien sind ja jetzt, sind wunderschön fest und die trocknen auch ganz toll an und viele sagen dann so, wann schneide ich denn die oder wie mache ich die haltbar. Also wenn man die schneidet ist am besten, man hängt die kopfüber auf und lässt die dann trocknen, weil was sonst oft passiert ist, wenn man die trocknen will, ist, dass die so zusammenfallen und dass die Blüten nicht so schön bleiben und die bleiben am schönsten. Einfach hier einen Draht, einen Haken nehmen mit dem Gummi und aufhängen und ich würde sagen, so nach drei Wochen ungefähr sind die ganz trocken. Also diese hier sind jetzt noch richtig, richtig schön knackig. Ja, die habe ich ganz frisch heute vom Großmarkt geholt. Die sind natürlich erste Sahne und dann hat man ja auch einige Hortensien, die so ein bisschen angetrocknet sind und die möchte man natürlich auch noch verarbeiten und die sind eigentlich auch viel zu schade, um die wegzutun. Ja, und dann mit ihren tollen Schattierungen, ja, wenn man das also so diese Kombi allein sieht und da ist mir so die Idee gekommen, dass ich dachte, Hortensien sind, wir haben es auch schon öfters gemacht, Hortensien sind wirklich wunder, wunderschön für einen tollen Adventskranz. Ich, ja, und ich brauche natürlich für diesen Adventskranz, ich habe ein bisschen was vorbereitet, also ich brauche diese ganzen Hortensienblüten mit ihren schönen Schattierungen. Ich brauche ein paar schöne Kerzen, wobei ich jetzt also eine Viola durchgefärbte Stumpenkerze ausgesucht habe. Gute Kerzen, Tropfen auch nicht, ist mir total wichtig, ja, und ich kaufe immer richtig, richtig wertige Kerzen, dann muss man die Kerzen auch, genau, da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema, gleich Vorbereitungsschritte. Die Kerzen müssen ja auch, um dem Adventskranz dann gut zu sitzen, angedrahtet werden. Damit es hier nicht so lang dauert, habe ich die anderen schon angedrahtet, aber drei Stück sind gedrahtet und ich zeige euch noch, ich habe mir hier eine Kerze angemacht, ich zeige euch nochmal, wie das geht mit dem Andrahten. Man braucht eine gute Zange, Kombizange, ja, einen schwarz geglühten Draht, also keinen grün lackierten. Ich zeige mal, was man nicht nehmen soll, nicht diesen grün lackierten, weil der hat eine Kunststoffummantelung und das wäre nicht so gut, wenn man den im Feuer, wenn man diese Kunststoffummantelung, ja, wenn die dann schmilzt. Ich nehme mit der Kombizange, lasse etwa einen Daumen breit, ja, lasse ich frei von dem Draht, halte den Draht in die Flamme, so der Kerzenrand darf natürlich nicht so hoch sein, man merkt schon, dass ich sonst nicht, natürlich nicht so tief komme auf die Flamme. Lass das mal schön erhitzen und dann ist beim Andrahten ganz, 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 ganz wichtig, dass ich nicht so weit außen und auch nicht so weit innen drahte, ja, also das heißt, hier, ich auch wieder so, naja, ich sag mal, ein Zeigefingerbreit vom Rand weg, ja, kann ich den Draht in die Kerze rein drücken, wenn ich jetzt, also ich zeige es mal mit dem Draht, wenn ich jetzt hier so weit außen die Kerze andraten wollte, dann ist das Risiko sehr groß, dass die Kerze, dass einfach der Rand springt, ja, dass die Kerze kaputt geht. Das ist super ärgerlich, vor allem, wenn man so ein Viererpäckchen gekauft hat und dann geht eine kaputt, ja, dann ist ziemlich doof, ist uns auch schon öfters passiert. Also zu weit außen Drahten ist schlecht und das ist jetzt vom Abstand her, das ist also perfekt und je besser man den Draht erhitzt, weil ihr habt ja Zeit, wir müssen schon immer gucken, dass wir es natürlich fix machen, je besser man den Draht erhitzt, desto besser schmilzt das Wachs, wenn ich diesen Draht in die Kerze rein drücke. So, und an drei Stellen Drahten reicht auch gut aus, ja, ist perfekt. So, dann lasse ich das einfach abkühlen, die Kerze tue ich jetzt zur Seite, meine Kerzen sind jetzt alle schon angedrahtet, fertig. So, aber ich lasse mal das Buch noch da. Manche sagen ja, wenn ich das Werkzeug ablege, das wäre so laut, aber okay, ich bin ja immer lernfähig. Ich ziehe jetzt mal ein paar Handschuhe an, weil ich arbeite mit Krampen, mit Metallkrampen lieber, wenn ich Handschuhe an habe. Ich kann ja irgendwie besser zupacken. Ich habe jetzt hier diese schönen Krampen, ja, und heute wird der Kranz mal im Gegensatz zu der Technik sonst. Sonst habe ich immer gewickelt, ja, kann man auch machen, aber heute möchte ich die Hortensie krampen. Und ich habe schon vorab den Kranz, wie auch im letzten Video, da habe ich es auch gezeigt, mit einem Kranzwickelband abgewickelt. Das heißt, die Unterseite, wenn die jetzt auf dem Tisch liegt, dann ist es natürlich schöner abgewickelt, als das pure Stroh auf den Tisch zu legen. So, ich nehme meine Hortensie und da können ruhig auch die angetrockneten Stücke, ja, man merkt, es raschelt ein bisschen. Da können ruhig auch die angetrockneten Stücke genommen werden. Nehme die Hortensienstücke, ja, wie so ein kleines Büschelchen und jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich ein bisschen drehe. Ja, es kann auch sein, dass was Trockenes mit drin ist. Das zupfen wir einfach raus, lege diese Hortensie auf den Kranz, nehme meinen Krampen und krampe und zack und drücke den fest rein. Ja, und so in dieser Art und Weise kann ich also meinen ganzen Kranz, ja, mache den eigentlich ruckzuck ganz fix und wenn man jetzt mit dem Finger, also mit dem puren Finger diesen, diesen Metallbügel so drückt, dann tut es irgendwann in den Fingern weh. Ja, das ist dann, da ist man dann doch ein bisschen empfindlich und deswegen ist das mit Handschuhen gar nicht schlecht. Ich arbeite eh bei gewissen Sachen sehr gerne mit Handschuhen und ein bisschen Schonung für die Hände, für die armen Hände ist natürlich auch gut. Ja, und ich wollte euch auch nochmal diese Kombination aus, ja, aus grüner Hortensie, ich nehme jetzt auch noch eine frische dazu zu meiner Arbeit, dass es so ein schönes Farbspiel ist und diese, gerade diese Kombination aus der Hortensie und aus diesem Lilla, die habe ich hier zum Beispiel auch bei den Blumen und ich finde, das ist ganz irre, ja, das ist jetzt noch eine richtig schöne Chrysantheme und dieses Farbspiel, das hatte ich auch so im Kopf für den Adventskranz und mache jetzt einfach, habe eine schöne, dicke, frische Blüte und um so tolle Farbakzente dazwischen zu setzen, krambe ich diese frische Blüte dazwischen und kann dann auch gemischt, das trockenere Material, gemischt mit dem frischen Material verwenden. Das ist jetzt also eine Art und Weise, die geht deutlich schneller als Wickeln, das ist also die Ruckzuck-Variante des Kranz-Erstellens, das geht aber leider nicht mit allen Materialien und bei den Herbstkränzen, da haben wir doch viel, viel gewickelt. Und das ist natürlich jetzt ein Sahnestück, weil das ist hier das grünliche und das Lilla und da ist alles drin, alles drin von der Schattierung her, was ich mir eigentlich wünsche. So, die Stiele muss ich natürlich wieder mal ein bisschen abschneiden und dann kann man ruhig auch diese dunkleren Schattierungen auch nehmen, dass so dieses Wechselspiel zwischen den Farben auch da ist. Also, das war jetzt der Schnelldurchlauf. Für euch und beim Krampen, im Gegensatz zum Wickeln, ist der Schluss von dem Krampf leichter, ja, weil im Grunde genommen muss ich nur noch diese Lücke zu krampen, ja, ich nehme hier nochmal, ich nehme hier nochmal schönes, ja, so ein Stück, das eben gut dazu passt und das Einzige, worauf ich achten muss, ist, dass meine Stiele nicht zu lang sind, ja, ich mache die schön kurz und dann lege ich, ja, wunderbar, das ist so eine Lücke und lege ich eigentlich nur noch die letzte Hortensie rein. So, und schon, ja, und schon ist eigentlich die Lücke zu und man sieht, ich muss jetzt erstmal meinen Tisch sauber machen, das ist jetzt ein richtig toller Kranz geworden. Ähm, es gibt eine Besonderheit, ich habe darauf geachtet, dass die Hortensie, äh, nicht, ich sage jetzt mal nicht so, so büschelweise hoch steht, ja, weil das Problem ist natürlich auch, ich habe Kerzen und wenn die Hortensie dann jetzt so, so, ähm, voluminös wäre, dann hätte ich das Problem, dass meine Kerzen an dieser, das ist ja doch eine trockene Hortensie, dass die zu nah an dieser trockenen Hortensie wären und, ähm, ja, das ist wieder dann zum Thema Brandschutz, da muss ich natürlich auch wieder gucken, dass ich dieses Risiko, äh, mindere, ja, ähm, und, äh, also die Kerzen, ich würde die Kerzen auch immer, soll ich mal gucken, ob die Drähte schön schräg sind, ne, genau, hier kommt noch mal so, so ein wichtiger Hinweis, ähm, die Drähte, damit die in den Strohräumer, damit ich das in den Strohräumer gut reinbekomme, muss ich auf jeden Fall die Drähte schräg schneiden, ja, das kann ich machen hier mit der Kombizange, die hat hier auch, klack, hier fliegen schon die Stückchen in der Gegend rum, ähm, diese Drahtstücke, die müssen schräg sein, ansonsten geht die Kerze nicht so gut in den Strohräumer rein, aber so ist das überhaupt kein Problem, und dann geht das wie, wie Butter, die Arbeitsvorbereitung ist also auch immer ganz wichtig, wenn einmal, wenn ich einmal versuche, diese, die Drähte in den Strohräumer rein zu, rein zu drücken, und wenn die sich einmal umbiegen, das ist total ärgerlich, weil, ähm, die Chance, die da noch rein zu bekommen, die, ähm, die sinkt dann, ja, und ich würde auch die Kerzen nicht bis ganz unten abbrennen, äh, das ist dann, das ist dann auch zum Thema Brandschutz, sondern ich lasse wirklich noch, wenn, wenn von der Kerze, ja, ich sag mal so noch, hm, 20% von der Kerze noch da sind, dann mache ich die meisten schon nicht mehr an, ja, dann, dann ist, äh, dann ist eigentlich Zeit, äh, neue Kerzen zu nehmen. Hier sieht man jetzt auch, wenn die Drähte so ein bisschen krumm stehen, ja, dann mache ich die extra noch gerad, ähm, weil auch das ist wieder mal so das Thema, wenn die, äh, dass ich die, äh, wenn die, äh, ich muss die wirklich gerad ansetzen, um die, äh, rein zu drücken. So, genau. Genau. Und dann funktioniert es auch wunderbar. Ich muss schon, wenn ich das von oben angucke, so ein, so ein Quadrat haben. Ihr seht, das passiert mir auch. Aber ich glaube, jetzt, jetzt haben wir eigentlich ein schönes Quadrat. Und jetzt fehlt uns im Grunde genommen nur noch die Deko. Ja, meine Krampen kann ich jetzt wegstellen. Also diese ganzen Sachen, die man dafür braucht, die Krampen, ja, mit denen man ja auch ganz toll die Herbstgrenze machen könnte, ähm, und, ähm, die, äh, der Strohrömer, Kranzwickelband und so. Ich zeige euch immer wieder so Artikel, ähm, die ihr bei Floristik24 auch gut, äh, bekommt und, äh, die man auch immer wieder brauchen kann. Äh, dann, äh, stelle ich euch ganz sehr gern immer die Produktlinks rein. Ja, und hier habe ich auch mir im Grunde genommen wieder eine ziemlich minimalistische Deko, äh, ausgedacht. Ähm, ich klebe das jetzt auch, obwohl ich es in den letzten Videos nicht geklebt habe. Aber ich mache es jetzt, äh, ich möchte es auch wirklich gern so haben, dass der Kunde auch raustragen könnte. Und deswegen klebe ich heute die Deko. So. Gruppieren ist auch immer schön, ja. Man könnte theoretisch auch mal eine Apfelscheibe, ja, finde ich eigentlich auch ganz süß, ähm, eine Apfelscheibe, ähm, so unterhalb der Kerze, eine getrocknete. Und kann man auch mit einem kleinen, ja, entweder so ein Sternchen drauf. Ist auch süß. Weil es ist, es ist Sternchen, nur in die Hortensie wirkt das Sternchen nicht so schön, wie wenn es auf der Apfelscheibe sitzt. Deswegen, also ich muss immer erstmal, beim Kleben gilt so die Regel, erstmal dran halten, erstmal testen, wie sieht das aus. Und dann, und dann kann man auch kleben. Ja, ansonsten, weil wenn der Heißkleber mal drauf ist, dann erst einen Platz suchen, äh, ist dann doch suboptimal. Weil oft erkaltet der Heißkleber auch noch während, während des Arbeitens. Äh, ich wollte eigentlich ursprünglich noch ein paar Farbkleckse, die sich ja fast in den Rändern so widerspiegeln, drauf machen. Ich glaube, ich lasse die weg. Manchmal entscheide ich mich ja doch dann im Video zu was anderem, ähm, bereite die Sachen so vor. Aber, ähm, das gefällt mir jetzt eigentlich nicht so gut. Aber die, äh, diese Sternchen auf der Apfelscheibe, die finde ich sehr schön. Und die Apfelscheiben gefallen mir auch total gut, weil ich mag das eigentlich, dass was, dass noch was Helles, was Leuchtendes auch da ist. Und dann, äh, ich glaube, ich lasse die weg. Und wie auch in meinen letzten Videos, weniger ist tatsächlich oft mehr. Ich bleib dabei, auch diesen Kranz wenig zu dekorieren und dieses tolle Naturmaterial wirken zu lassen. Das, äh, das ist doch viel effektiver, als, äh, als das dann so mit Deko zu überladen. Ähm, optional kann man natürlich auch noch ein schönes Bändchen um die Kerzen machen. Das habe ich euch in den letzten Videos auch gezeigt. Ähm, ich habe mich bewusst gegen den Farbflex entschieden, weil ich fand einfach, dass es diese tolle Farbharmonie in diesem Biola einfach stört. Und, äh, wie auch in den letzten Kränzen wirkt, wirkt es natürliche mit Kerzen, mit wenig Deko, wirkt total schön. Ähm, man könnte auch, äh, kleinere Zapfen, ja, noch, äh, drauf machen. Könnte man noch dazwischenlegen. Ähm, so, also ich habe mich noch entschlossen, doch nochmal auch Zapfen mit, äh, auf diesen Kranz zu machen. Und ich habe bewusst, äh, die Deko, die ich gemacht habe, ähm, ich habe bewusst die Deko gruppiert, ähm, weil so gruppiert wirkt die Deko schöner. Weil manche, wenn man anfängt, was zu dekorieren, äh, manche machen sogar in ganz regelmäßigen Abständen die Deko drauf. Und, ähm, wir Floristen, die gruppieren gern und dann wirkt das auch schöner fürs Auge. Und jetzt die Zapfen, die machen natürlich aus diesem, ja, vermeintlich herbstlichen Kranz, Hortensienkranz, machen dann auch wirklich eine winterliche Deko daraus. Und, das ist jetzt auch, nach den letzten Meter geht mein Heißkleber aus. Heißkleber, Heißklebesticks sind auch unverzichtbar für die Weihnachtsdeko. So, und, jetzt höre ich auch auf und freue mich an diesen, an diesen tollen, frischen, knackigen Grün der Hortensien. Und, an diesen lilla, leuchtenden Glanz der Kugeln und der Kerzen. Und, ich hoffe, dass mein Adventskranz-Video, bei welcher Nummer waren wir jetzt? Ich habe die Nummern verloren. Aber es gibt ganz viele und ich blende auch nochmal die Links ein oder ein paar Bilder dazu, zu den vorigen. Äh, ich habe schon unheimlich viele Adventsgrenze gemacht. Und, ich glaube, es gibt wirklich viel Input und viele Ideen. Und, ich freue mich wieder auf eure Kommentare, ob es euch gefällt, welche Farben ihr nehmen würdet, alternative Materialien zusätzlich. Ganz viele Tipps und Tricks und viele Leute haben viele Tipps. Und, deswegen nehme ich auch gerne eure öfters an. Also, schön, dass ihr dabei wart. Ganz Liebe und viel Spaß beim Nachgestalten. Tschüss, oder Maldit? Tschüss, oder Maldit? Tschüss, oder Maldit? Tschüss, oder Maldit? Tschüss, oder Maldit?